Taiwans Präsidialamt hat zum Beginn des neuen Mondjahres, das Anfang Februar beginnt, auch dieses Mal wieder Spruchbänder mit Neujahrsgrüßen veröffentlicht. In chinesischen Schriftzeichen wünschen Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident Chen Jian-wen der Bevölkerung ein frohes neues Jahr. Das Design der roten Umschläge des Präsidialamts orientiert sich am Tierkreiszeichen des kommenden Jahres, dem Schwein. Im chinesischen ist das Schriftzeichen für Schwein lautähnlich zu dem Ausdruck jemandem etwas wünschen. Darunter befindet sich das Schriftzeichen für Glück. In den diesjährigen Glückstechchen befindet sich jeweils ein neu gepresster Taiwan-Dollar. Das Design zeigt unter anderem den Sonnenaufgang über Taiwans höchstem Gipfel, dem Jadeberg. Die Spruchbänder und roten Umschläge werden seit Mitte Januar über verschiedene Servicestellen im ganzen Land verteilt. Die Glückstechchen werden an den Neujahrsfeiertagen von der Präsidentin und dem Vizepräsidenten bei ihren Besuchsfahrten durch das Land persönlich unter das Volk gebracht.